18 Turniere, die German Open sind das vorletzte. Noch 11 zu 1, 11 zu 2 und 11 zu 5. Er wurde regelrecht vernichtet von Mallon. Exzellent! Hier der bessere Abschluss für Boll. Tja, das ist eigentlich zu berechnen. Sechs Satzbälle jetzt für den Chinesen, der diesen zweiten Satz doch klar beherrscht hat. Dies weiß Gott auch nicht schlecht, aber die Vorhand eben ist doch besser. Mit dem dritten Ball nutzen, das wird die Devise sein. Er wird gekürt zum Trainer des Jahres aufgrund seiner Erfolge mit der Herrenmannschaft und das zu Recht. Punkt für Mark. Auf vier Gewinnsätze wird gespielt. Einen also braucht Mallon noch. Das Finale verloren. Der Kandidat von Liu für 2012 für London. Von Mallon. Der ist nun mal sehr gefährlich. Im nächsten Durchgang ganz schnell geht. Also er versucht es nochmal. Doppelkonzentriert, gar kein Doppel gespielt. Hängt auch damit zusammen. Grand Final im Dezember. Die werden sicherlich nächste Woche in Schweden nochmal punkten müssen. Oh, Boll am Boden. Genauso wie gestern gegen Wang Hao, den Weltranglisten Ersten. Und mit einem Fehlaufschlag endet dieses Match. 15 zu 13 im vierten Durchgang. Also am Ende doch ein... Geilgespräch. Jetzt noch dicht yoghmehr oder Montage.